Willkommen zurück bei Metroid. Ja, ich nehme schon wieder auf, weil es so ist. Ja, ich habe mich ein wenig informiert, wo ich denn mal so hin kann und wohin ich soll. Und auch hoffe, also es gibt jetzt zwei Sachen, die ich gerne in diesem Part erledigen will. Part ist gut. In dieser Serie, nein, erledigen will. Verdammt, schon wieder zu. Ich hoffe nur, dass ich es auch schaffe. Und ich werde erst aufhören, wenn ich das geschafft habe. So, wo haben wir diesen großen Raum, wo ich nicht weiter konnte? Falsche Taste. Wo ist denn dieser große Raum? Nein, den meine ich nicht, oder? Meine ich den? Nein, ich meine nicht, dass ich den meine. Nein. Nein, 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 nein. Ich meine... Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe es nämlich total vergessen. Gut, wir gehen einfach weiter. Ja, und zwar dahin. Also, ist das welche Richtung? Ich bin so dämlich. Es fängt schon richtig gut an. Ich weiß, es ist, ähm... Skill pur, Leute. Tut mir leid. So, da gelangen geht es. Und, ähm... Mir ist schon wieder klar geworden, wie einfach... Also, was heißt einfacher? Aber wie viel einfacher das Spiel für die Gamecube ist, anstatt für die Wii. Also, für alle, die hier glauben, das hier ist, äh, total für den Arsch, was ich abfallziehe, haben sich einerseits natürlich recht, das hier ist alles für den Arsch, was ich mache, aber... Es ist trotzdem nicht mit dem Spiel der Gamecube zu vergleichen. Ja, soviel erstmal nur dazu. So, hier müssen wir doch eigentlich jetzt zu den... Ach, ich hätte vielleicht scannen sollen. Ach, egal. Wir müssen doch... Ich will in die Schuhe suchen. Ruinen. Ich suche nach zwei Sachen. Einmal diese weißen Türen, die wir jetzt in letzter Zeit immer häufiger sehen, gehören zum Icebeam, den ich jetzt irgendwie mal finden will. Und, äh... Die zwei... Ja, die zweite Sache weiß ich gar nicht, was es ist. Mir wurde nur gesagt, mir wurde nur gesagt, wo etwas ist, aber nicht, was es ist. Das müssen wir... Ha, 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 da hab ich doch gerade was gesehen. Da kann ich doch was scannen, ne? Ja, danke. Das ist so. Jetzt ist allerdings die Frage, wo ist das gewesen? Wir haben... Aha, hier haben wir schon mal was. Okay, da waren wir noch nicht. Und wo waren wir noch nicht? Okay, klar ist, dass ich erstmal da hin will. Und dafür muss ich links lang. Alles klar. Äh, da sollte nämlich, wenn ich richtig informiert bin, der Icebeam sein. Und, ähm... Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir zu dem jetzigen Spielzeitpunkt viel zu wenig Raketen haben. Obwohl ich euch nicht sagen kann, warum. Also, ja, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, warum ich so wenig Raketen habe. Das ist, äh, für mich... Ja, geht weg. Nicht verständlich. Äh, ich, äh... Übersehe anscheinend so viel. Okay, jetzt muss ich eben überlegen. War hier nicht so ein Gegner? Hm. Ja, genau, den meinte ich. Was? So, komm. Du bist schon tot, okay. So, wo müssen wir denn lang? Hier war... Ich weiß nicht, Ball oder sowas. Genau, ich erinnere mich an die Stelle. Moment mal. Richtig, da hatte ich es doch sogar gesagt, dass wir diesen Boost-Ball noch brauchen. Genau. Ich bin nur gerade zu schlecht, ihn einzusetzen. Wunderbar. Da muss ich hin. Okay, wunderbar. Und hier ist ein Loch. Eingehende Scandaten. Uah, halt festhalten. Hä? Okay. Hier müsste... Niedrige Temperaturen, Ruinstädte, was? Ja, das ist der zweite Ort, wo ich gleich hin will. Da seht ihr auch, das ist eine weiße Tür. Das heißt, da bräuchten wir den Eisbeam schon. Und deswegen müssten wir den eigentlich hier bekommen. Soweit ich das zu weiß, oder... Ja. Ja, soweit ich das... Glaube. Zu wissen. Okay. Ähm. Wie sieht das Ganze hier aus? Genau, davon wurden wir... Nee. Da oben. Uah! Okay, zu hoch. Ähm. Okay, gehen wir nochmal da in die Mitte. Und... Sehen... Aha. Die sollen weisen Risse auf. Ja, dann scheint es doch so, als könnten wir die zerstören, oder? Mal gucken. Wie viele Missheitsbrauche ich denn dafür? Drei. Na wunderbar. Eins, zwei, drei. Ich hab viel zu wenig. So, und das ist noch da wahrscheinlich. Sehr schön. Und da kommt runter. Wunderbar. So. Och nee. Müssen wir das nochmal machen. Na witzig. Ah, fuck. Na witzig, ja dann... Äh, okay. Für einmal reichen. Meine Missheits auch schon nicht mehr scheiße. Ja, super, Leute. Was ist denn mit denen hier? Moment, erst mal scannen, dann gucken wir... Na, neuer Eintrag. Vielleicht bringen die ja... Ich kann sie nicht zerstören. Wahrscheinlich kann ich sie nicht mit Missheits zerstören, ne? Selbst das nicht? Super. Super. Habe ich eine Missal verschwendet, aber ist auch egal, weil... Ähm... Wir eh nur zwei kaputt kriegen. Ich weiß nicht, was ist das Erste. Oh nein. Was ist das Zweite? Missalvorräter fast erschöpft. Ja. Dagegen kann ich nur leider gerade nichts machen. Heißt, ich muss zurück. Und schauen, dass ich irgendwie... An Missalz komme. Ja, das ist halt, weil ich so wenig Missalz habe. Aber ich weiß nicht, woher ich die alle nehmen soll. Gerade mal 20 Missalz. Das ist echt irgendwie abwärmlich. Aber... Ach, lass mich in Ruhe. Von dir kriege ich keine Missalz. Sehen wir uns nicht so schnell, wie ich sie gern hätte. Ach, aber von euch. Okay, 13. Und jetzt noch euch. 19. Ja, 19 reicht. Kommt schon. Auf geht's. Ja. Und dann holen wir uns halt in den Ice Beam. Und dann... Jo, geht's weiter. Sehr schön. Warte, vielleicht liegen ja hier noch irgendwo... Liegt hier noch irgendwo was rum? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn da jetzt noch irgendwo ein Missalconteller gewesen wäre. So, hier war irgendwo ein Spider-Teil. In diese Richtung, bitte. Ja. Super Entscheidung, von dir einfach mal runterzufallen. So, falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Okay. Nochmal das Ganze, weil es so schön ist. Sehr schön. Diesmal immerhin geschafft. Wird 19 Missalz. Ich hoffe, die reichen jetzt. Ansonsten müsste ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Wozu ich eigentlich gerade relativ wenig Lust habe. So, sind hier die Rüsse, das sind die Rüsse. Moment, muss ich das von neu machen, oder? Muss ich das von neu machen? Nee, oder? Aber wenn ich das von neu machen muss, dann bringt mir das gar nichts, Leute. Dann kann ich den Icebeam jetzt noch nicht holen, weil mir Raketen fehlen. Wie lachhaft wäre das denn? Ja, Leute, ich kann das nicht schaffen. Nee. Halt, was war das? Moment. 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 Warum geben die mir nur Leben? Warum geben die mir nur Leben? Warum geben die mir nur Leben? Tatsache, ich muss es in einem Rutsch schaffen, oder was? Ja. Das ist lächerlich, Leute. Oder? Ist doch so, oder? Ja. Ja, super. Ja, was will ich jetzt hier unter Wasser? Geh weg. Ja gut, das heißt, ich komm hier nicht weiter. Heißt, ich darf mir irgendwie Milchstall suchen gehen, oder was? Das finde ich jetzt etwas, äh, idiotisch, um ganz ehrlich zu sein. Ja, lass mich in Ruhe. Äh, wo kriege ich denn jetzt hier Missiles her? Eventuell muss ich mir irgendwie eine Komplettlösung angucken, wo die ganzen Missiles versteckt sind, weil ansonsten... Achso. Könnte mir etwas behilflich sein, in Sachen Farmen hier. Scheiße. Also, ich hab schon hier die ganze Zeit einfach nur Zeit verschwendet. Wunderbar. Äh. Wo ich jetzt also hin muss. Ist das scheiße? Ja, das ist doch absoluter Müll. Wo war das denn? Ach du scheiße, wie soll ich komm ich denn da hin? Ener... Energiezentrum, ach du scheiße. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo das ist. Okay, ich muss... Okay, ich muss... Hinten rechts rein. Also hinter mir rechts. Also da... Komme ich denn da nochmal hoch? Ach Gott, ich feile schon wieder. Ich seh das schon. Aber... Da dachte ich, ich hätte mich mal informiert, aber die Infos bringen mir auch nix. Vor allem, da ist doch eine weiße Tür. Was bringt mir dann da... Ganz ehrlich, was bringt es mir, wenn ich da jetzt hingehe? Aber egal, ich tu's einfach. Weil ich... Hoffentlich auf dem Weg einfach Raketen finde. Weil ansonsten... Da hab ich auch noch was zum Scannen. Meine ich euch. Ach... Danke. Ähm... Kurz gucken, geradeaus, oder? Nein, nicht geradeaus. Noch links. Da hinter sind Raketen, die würde ich sofort haben. Guck, genau deswegen geh ich hier lang, weil ich hoffe, hier irgendwie... Raketen oder ähnliches zu bekommen. Haha! Ich bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Na okay, eigentlich schon, aber egal. Komm rein da. Rein da. Jetzt festhalten. Wieso hält der sich nicht fest? Jetzt. Ha! Okay, jetzt haben wir schon die ersten fünf Raketen. Das wird zwar immer noch nicht reichen, aber immerhin haben wir dann. Wir sind auf der Suche nach mehr Raketen. Das ist gar nicht so schlecht. Hier, rein da. Geil! Mehr Raketen heißt... Nein, ich bringe den Spruch jetzt nicht zu Ende. Dann würde die Hälfte von euch mich köpfen. So. Gut, dann können wir auch weitergehen. Ach, nicht ihr. Verzieht euch einfach. Was mache ich denn jetzt hier? Moment. Richtiger Weg ist... Einfach geradeaus. Ja, da. Ab ins Kühle hier. So, und hier müsste ich dann, glaube ich... Hier kann ich speichern. Soll ich mal eben speichern? Ich glaube, ich speichere mal eben den Fortschritt von gar nichts, aber ich speichere mal eben. Halt, weil ich's kann. Ja. Ach, ist doch affig. Ist doch echt nervig, Leute. Ich... Ach, das ist... Das ist echt ärgerlich irgendwie. Ja, ja. Macht sonst was aber ohne mich, bitte. Interessant, wie ich hier einfach mal... Jetzt viel einfacher zurechtkomme. Und einfach mal irgendwelche Abkürzungen nehmen kann. Warte, im Moment, ist das der richtige Weg? Stopp, 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 stopp. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Wow. Wow, ich bin mal intuitiv den richtigen Weg gegangen, statt den falschen. Das gehört... Ja. Eigenlob stinkt. Ähm. Denn genau... Hier waren wir schon mal, aber... Hier haben wir damals was gesehen, was wir überhaupt nicht beachtet haben. Wenn ich das jetzt richtig sehe. War da was zum Scannen? Nein. Und zwar haben wir dieses Ding hier gesehen. Und haben wir's gescannt? Wir haben es nicht mal gescannt. Steinkröte. Wir können uns von der Fressen lassen und sie zum Explodieren bringen. Und, äh... Das Wasser abpumpen. Oh, okay. Was auch immer das jetzt bringt. Oh, scheiße. Es ist ein Teil... Ah, Timelimit. Oh, nein, 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 nein. Ich mag nicht. Ich mag Timelimits. Da ist noch so ein Teil. Timelimit weg. Timelimit nicht weg. War da was? Nö. Weiter hoch, 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 hoch. Hoch, bevor Timelimit vorbei. Bis, Event. Ciao. Oi. Ciao.